Meditieren und Abnehmen Hilft die Meditation beim Abnehmen? Wie kannst Du meditieren, um abzunehmen? Ist Meditation überhaupt etwas Gutes zum Abnehmen? Ja, darüber möchte ich sprechen. Das waren einige Fragen, die mir gestellt wurden. Mein Name ist Sukadeh von www.yoga-vidya.de Zunächst einmal natürlich, das Sitzen in der Meditation an sich lässt Dich nicht abnehmen. Da werden keine Kalorien verbraucht. Aber Meditieren hilft trotzdem beim Abnehmen aus mehreren Gründen. Erstens, Meditieren hilft, mehr nach innen zu gehen und die innere Intelligenz zu beleben. Insbesondere, wenn Du medizinisch adipös bist, also einen Body Mass Index über 30 hast, dann wird die Meditation Dir helfen, dass Du mehr spürst, was Du von innen her brauchst und das kann Dir helfen, auch beim Abnehmen. Zweitens, Meditieren hilft zu entspannen. Und wenn der Grund für Dein Übergewicht ist, dass Du gestresst bist und Du viel Stress essen hast, dann hilft Meditieren, weil Du weniger Stress empfindest und deshalb weniger den Stress modulieren musst durch viel Essen. Drittens, manche Menschen essen sehr viel aus Frust. Sie haben viel Frust oder auch intensive Emotionen und sie betreiben letztlich Emotionsmodulation mittels Essen. Und das läuft gar nicht mal selten, dann oft sogar Fettgemischer hinaus. Und hier würde man sagen, Meditation hilft, dass Du weniger Frust spürst und dass insgesamt auch Deine Emotionen harmonischer sind. Also braucht es weniger Frust essen. Nächster Punkt ist, wenn Du abnehmen willst, musst Du letztlich weniger Kalorien zu Dir nehmen. Wenn Du weniger Kalorien zu Dir nimmst, dann entsteht ein innerer Frust. Und es entsteht Gier und es entsteht Verlangen. Um nicht auf Gier und Verlangen zu reagieren, hilft Meditation. Meditation hilft nämlich, dass Du lernst, Verlangen kommt, Verlangen geht, Du musst nicht reagieren. Gerade die Achtsamkeitsmeditation hilft Dir, dass Du nicht jedem Verlangen immer wieder folgst. Und auch die Mantra-Meditation hilft Dir immer dann, wenn die Gier nach Essen entsteht, mit einem Mantra Deinen Geist zu erheben und über diese materiellen oder sinnlichen Wünsche hinauszuwachsen. In diesem Sinne, ja, Meditieren kann helfen beim Abnehmen. Zum Nächsten, um abzunehmen, ist auch Sport gut. Um Energie für den Sport überhaupt zu bekommen, hilft wieder Meditieren. Meditieren gibt Dir Energie, Freude und Tatendrang. Und das hilft wiederum, dass Du Sport treiben kannst, zum Beispiel auch viele Sonnengröße machen kannst oder intensives Hatha-Yoga üben kannst oder eben auch flott wandern oder joggen, schwimmen, Fahrrad fahren und so weiter. Daher, Meditieren hilft Dir, weil es Dir die Kraft gibt, eben auch körperliche Aktivität zu machen. Gibt es eine spezielle Meditation, die beim Abnehmen helfen kann? Im Grunde genommen, die Meditation hilft am besten, die Du auch machst. Wenn Du also überlegst, welche Meditation überlege, welche würdest Du gerne machen? Ich empfehle mehrere Meditationen. Du könntest sagen, die Achtsamkeitsmeditation hilft Dir, dass Du besser entspannen kannst und dass Du Dich lösen kannst von der Gier. Die Mantra-Meditation hilft Dir, dass Du letztlich Freude hast und Dich öffnest für eine höhere Wirklichkeit. Energie-Meditation ist auch etwas Gutes, weil mehr Energie zu haben, gibt Dir auch die Kraft zum Beispiel für sportliche Aktivität. Die Ujjayi-Meditation ist auch eine gute Sache, denn die Ujjayi-Meditation hilft auch Dein Kapha zu reduzieren und das erhöht insgesamt auch die Stoffwechselaktivität, den Metabolismus und dann hilft es auch, leichter abzunehmen. Und Du könntest auch am Ende der Meditation oder am Anfang und am Ende mit einer Affirmationen-Visualisierung beginnen. Du könntest zum Beispiel am Anfang der Meditation sagen, ich freue mich darauf, bald so und so auszusehen. Du kannst Dir ein Bild machen, wie Du aussehen wirst. Vielleicht gab es mal eine Zeit, wo Du so und so viel Kilo gewogen hast. Du kannst Dir das vorstellen und kannst sagen, ich freue mich darauf, bald so und so auszusehen. Und am Ende der Meditation kannst Du Dir auch nochmal vergegenwärtigen, wie Du vielleicht in einem Monat auf der Waage stehst und Du siehst, wie die Waage genau Dein Wunschgewicht zeigt. Und Du kannst auch am Ende der Meditation sagen, ich bin voller Kraft und Energie, mir geht es gut und ich freue mich auf sportliche Tätigkeit. Und ich freue mich darauf, heute Nachmittag zu joggen, Fahrradfahren, zu schwimmen. Und Du kannst auch sagen, ich bin voller Kraft und Energie, mir geht es gut, ich freue mich auf viel Salat und Gemüse. So kannst Du mit der Kraft der Meditation Dich positiv programmieren. Ja, in diesem Sinne, ja, Meditieren hilft beim Abnehmen. Aber noch ein Wort zur Vorsicht. Leichtes Übergewicht würde ich Dir empfehlen. Du musst nicht abnehmen. Letztlich der Body Mass Index zwischen 17 und 29 ist alles okay. Und Meditieren kann Dir auch helfen, Dein leicht erhöhtes Gewicht zu akzeptieren. Du musst nicht probieren, ein künstliches Idealgewicht zu erreichen, was nicht Dein persönliches Idealgewicht ist. Lege Mehrwert darauf, Dich gesund zu ernähren, auf Fleisch, Fisch zu verzichten und Alkohol nach Möglichkeit, auch auf Milchprodukte. Reduziere Deinen Zuckerkonsum. Iss wenig, zu viel zubereitete Speisen, eher frisch zubereitete Salate, Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte und übe ausreichend Körperübungen, übe Meditation und dann hast Du alles, was Du brauchst. Ob Du leicht übergewichtig bist oder leicht untergewichtig oder normalgewichtig, idealgewichtig, ist zweitrangig. Nur Adipös, Body Mass Index über 30 solltest Du nicht sein. Das erhöht letztlich die verschiedensten Krankheitswahrscheinlichkeiten. Wenn Du mehr wissen willst über Meditation, geh auf unsere Internetseite yoga-vidya.de und dort findest Du auch Anleitungen zur Meditation. Du kannst eingeben Achtsamkeitsmeditation, Energiemeditation, Ujjayi-Meditation und dann findest Du entsprechende Videos, Audios und Texte zum Üben.